Alles außer X-beliebig. Extra komfortabel, extra schick und extra multifunktional. Das ist der brandneue Weinsberg Excursion Van auf VW Bully T6.1 Basis, der mit seinen kompakten Abmessungen und seinen serienmäßigen VW-Ausstattungshighlights überzeugt. Der Excursion Van beeindruckt mit seinen zwei innovativen Grundrisslösungen, effizienten Dimensionen und modernem Design und als Edition Pepper auch in einer scharfen Sonderedition mit umfangreicher Sonderausstattung wie beispielsweise 150 PS mit Automatikgetriebe, Voll-LED-Scheinwerfern und dem Antennenkomplettsystem inklusive 27 Zoll Smart TV. Extra komfortabel. Mit der gemütlichen Face-to-Face-Sitzgruppe im 500LT, der maximalen Kopffreiheit, den großen Fenstern und dem samtweichen Bett, sowie dem hochwertigen Fahrwerk des Weinsberg Excursion Vans erlebst du stets extra viel Komfort, unabhängig davon, wo auf der Welt du dich gerade befindest. Extramodern. Das ultramoderne Design des Weinsberg Excursion Van beeindruckt und macht ihn zu einem Fahrzeug, in dem man sich nicht nur gerne aufhält, sondern das vor allem auch auffällt. Unter anderem durch die revolutionäre und multifunktionale höhenverstellbare Dusche im Flexbad. In diesem Bad werden Sie starren. Mit wenigen Handgriffen kann die höhenverstellbare Dusche im 500MQ auf bis 1,90 Meter Stehhöhe nach oben geschoben werden. Die Faltwand klappt sich dabei nach hinten in den Bettbereich aus. Dank der fest abschließenden Duschwand bleibt der restliche Raum trocken. So erhalten Sie entweder ein vollwertiges Bad oder ein großzügiges Doppelbett. Extra viel Stauraum. Der Weinsberg Excursion Van bietet eine Menge Stauraum, damit du alles mitnehmen kannst, was du willst und dann noch mehr. So überzeugt der Grundriss 500MQ, der mit einer großzügigen Heckgarage aufwartet, die ausreichend Platz für deine Sachen bietet. Seien es Sportgeräte, Campingausrüstung, Reiseproviant oder etwas anderes. Extra-effiziente Grundrisse. Der Weinsberg Excursion Van ist in den beiden Grundrissen 500MQ und 500LT erhältlich. Während der 500MQ mit einer großzügigen Heckgarage und dem revolutionären Flexbad begeistert, bietet der 500LT dafür mehr Wohnraum, ein Festbad sowie die neu entwickelte Face-to-Face-Sitzgruppe für bis zu sechs Personen, die sich im Handumdrehen zu einem bequemen Doppelbett umbauen lässt. Immer optional mit dabei? Das Easy-Move-Bett für bis zu zwei Personen. Auf Wunsch gibt es das Easy-Move-Bett auch als Einschläfer. Damit können Sie sich jederzeit frei und ohne Einschränkungen im Fahrzeug bewegen. Was ist dir wichtiger? Du entscheidest! Extra-scharfe Sonderedition. Der Weinsberg Excursion Van ist auch als extra-scharfes Sondermodell Edition Pepper erhältlich, der mit vielen Ausstattungshighlights und einem grandiosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugt. Entdecke ab sofort die weite Welt mit dem Weinsberg Excursion Van, dem exzellenten Reisemobil, mit dem du das Reisefeuer in dir entfachst und deine Träume zu deinem Lifestyle machst. Eben alles außer X-beliebig. Eben alles außer X-beliebig. Untertitelung des ZDF, 2020